Ganz herzlich willkommen. Ein Kriegsschiff der US-Marine und zwei Handelsschiffe sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums im Roten Meer unter Beschuss geraten. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus dem Jemen bekannten sich zu den Angriffen auf die zwei Schiffe, die ihrer Darstellung nach Verbindungen nach Israel haben. Man habe eines davon mit einer Rakete angegriffen, das zweite mit einer Drohne. Solche Angriffe würden weitergehen, solange Israel den Gaza-Krieg fortsetze, so ein Sprecher der Houthi-Rebellen. Für die Attacke auf den US-Zerstörer übernahmen sie allerdings nicht die Verantwortung. Das Pentagon will weitere Details bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.